Es scheint Ihnen zu gefallen. Zu gefallen ist gar kein Ausdruck. Ich würde es genau so zu Hause einbauen. Das freut mich zu hören. So ein Bad zu planen, dauert wenige Stunden. Und um es einzubauen, ein paar Wochen. Von unseren Profi-Handwerkern natürlich. Das gibt's ja überhaupt gar nicht. Servus. Tachchen. Das ist ja wirklich unglaublich. Wenn Sie möchten, können wir gleich mit der Beratung starten. Oh, wirklich? Ja. Dann bin ich sofort dabei. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wollten wir nicht zum Beratungsplatz gehen. Sie haben völlig recht.